Und das hier ist also der aufgestrahlte Moon River. So. Und hier ist der Grund des Ärgernisses der umstrittene Dampf vom Park Moon. Und hier ist der Grund des Ärgernisses der umstrittene Dampf. Und das ist jetzt das restliche Wasser, was der Moon bekommt. Und das bekommt der Moon River ganz toll mit einer sogenannten Fischtreppe. So. 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 So.